Wir sind die Firma Weide Erdarbeiten aus Eichenzell, sind hier auf dem Demopark in Eisenach, sind wir rundgelaufen, haben das letzte Mal die Firma NB in Karlsruhe auf der Messe getroffen, das war schon eine interessante Sache gewesen und heute haben wir die Möglichkeit, das mal zu probieren. Ja, und dann haben wir das probiert gehabt. Ich finde es eine gute Sache, vor allen Dingen Ressourcen zu schützen, dass man viele Materialien aussieben kann, verschiedene Fraktionen wie Mutterboden oder ein gewisses Recyclingmaterial oder ein durchwurzelnder Boden, ist eine gute Sache. Alles Gute für euch! Bis zum nächsten Mal.